Dann lassen wir das Kätzchen schnurren. Na los, versuch mal eine Kurve. Tina, wieso stöhnst du? Du machst das toll. Tina, entspann dich. Ruhig. Ruhig. Okay, okay. Tina, du fährst da irgendwie auf das einzige andere Auto zu. Du hast jede Menge Zeit auszuweichen, Tina. Also fahr ganz ruhig weiter. Dann dreh der Steuer in eine Richtung. Oder die andere. Du drehst immer nur hin und her. Dreh in eine Richtung und dann bleib dabei, Tina. Oh, mein Gott, das ist schlimm. Ich hab es zerstört. Stimmt, das hast du wirklich. Tja, ähm, ähm, tja.